Hallo und herzlich willkommen zu diesem Übungsblatt zu den komplexen Zahlen. Wir schauen uns heute gemeinsam die grafische Darstellung der Grundrechnungsarten an, im speziellen Form der Addition und der Multiplikation und sehen dabei, dass die Polarkoordinaten hier eine ganz wichtige Rolle spielen. Zunächst habe ich dir wieder einen Überblick aufgeschrieben, was du bereits können solltest und was wir gemeinsam für Ziele haben. Was sollst du bereits können? Ganz wichtig ist wiederum, dass du die Struktur der komplexen Zahlen kannst. Das heißt, dass eine komplexe Zahl in der kathesischen Form als Z gleich A plus IB dargestellt werden kann. Des Weiteren ist auch ganz wichtig, dass du die Polarkoordinatung der komplexen Zahlen kannst. Das heißt, die zweite Möglichkeit eine komplexe Zahl darzustellen, mit Hilfe des Betrags, des Abstands R und des Winkels bzw. des Arguments Phi. Natürlich ist es auch wichtig, dass du mit komplexen Zahlen rechnen kannst. Das heißt, addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren. Schau dir dazu noch einmal das Video zu den Grundrechnungsarten an. Welche Ziele haben wir gemeinsam heute bei diesem Video? Ganz wichtig ist uns, dass wir gemeinsam heute grafisch addieren und subtrahieren. Das heißt, wie kann ich jetzt die Addition und die Subtraktion komplexer Zahlen auffassen und vor allem auch das Ergebnis interpretieren. Hierbei spielt die Vektoraddition und die Vektorsubtraktion, die du bereits wahrscheinlich aus der Vektorrechnung kannst, eine ganz wichtige Rolle. Des Weiteren möchten wir uns gemeinsam die Multiplikation und die Division von komplexen Zahlen anschauen und dabei auch erkennen, dass hierzu die Polarform ganz wichtig ist und vor allem auch diese Interpretation wesentlich vereinfacht. Ich habe dir noch einmal diese Grundrechnungsarten in C aufgeschrieben und wir wiederholen sie gemeinsam jetzt noch einmal. Die Addition, die Addition zweier komplexer Zahlen, hierbei ist es wichtig, vor allem die Real- und die Imaginärteile getrennt zusammenzufassen. Dasselbe gilt auch für die Subtraktion. Hier werden auch Real- und Imaginärteile getrennt voneinander zusammengefasst, sodass das Ergebnis wiederum eine komplexe Zahl a plus i b ist. Das heißt, Real- und Imaginärteile werden getrennt voneinander betrachtet und zusammengefasst, sowohl bei der Addition als auch bei der Subtraktion. Bei der Multiplikation kommt man zu Klammern und diese Klammern werden ausmultipliziert. Das heißt, jeder ausdruckt mit jedem, sodass man dann wieder den Real- und den Imaginärteil zusammenfassen kann. Bei der Division funktioniert es mit der sogenannten Erweiterung der konjugiert komplexen Zahl des Nenners. Hierbei muss ich diesen Bruch mit der konjugiert komplexen Zahl des Nenners erweitern, Zähler mit Zähler multiplizieren, Nenner mit Nenner multiplizieren und dann erhalte ich wieder eine komplexe Zahl, deren Nenner real ist bzw. komplexfrei ist. Wenn wir uns das gemeinsam jetzt vor allem grafisch anschauen, da beginnen wir beim grafischen Addieren von zwei komplexen Zahlen. Algebraisch, also das heißt, wenn man eine Rechnung ausführt, dann hat man zwei komplexe Zahlen Z1 und Z2 mit a plus i b und c plus i d gegeben und dann möchte man addieren. Ich habe dir bereits gesagt, und wahrscheinlich weißt du das auch schon, dass zwei komplexe Zahlen addiert werden, in denen die beiden Realteile zusammengefasst werden und die beiden Imaginärteile zusammengefasst werden. Dann erhält man einen Ausdruck wie a plus c in Klammer plus Klammer b plus d mal i. Wenn man jetzt dieses a als x-Koordinate der ersten komplexen Zahl interpretiert und bis zum d die y-Koordinate von der komplexen Zahl Z2 addiert, dann kann man sehr schnell sehen, dass jede komplexe Zahl hier als Vektor dargestellt werden kann. Als Vektor in der Ebene. Und dabei möchte ich dir das anhand eines Beispiels zeigen. Und zwar Z1 ist gleich 2 plus i und Z2 ist minus 1 plus 2i. Jetzt kann ich diese beiden komplexen Zahlen ja als Vektoren auffassen. Und zwar, die erste komplexe Zahl Z1 kann ich Realteile 2, Imaginärteile 1 als Vektor 2, 1 auffassen. Und die zweite komplexe Zahl kann ich dementsprechend als komplexe Zahl, als Vektor, minus 1 und 2 auffassen. Wie werden jetzt zwei Vektoren addiert? Indem ich die x-Komponente miteinander addiere und die y-Komponente getrennt voneinander addiere. Schlussendlich bekomme ich dann heraus, wenn ich die beiden x-Komponenten addiere und die beiden y-Komponenten addiere, 1 und 3. Und das wiederum entspricht der komplexen Zahl 1 plus 3i, wiederum die x-Komponente als Realteil 1 und die y-Komponente als Imaginärteil 3. Jetzt haben wir bereits gesehen, dass wir eine komplexe Zahl ja als Vektor anschreiben können und die Addition von zwei Vektoren ist demnach die Vektor Addition und das heißt, zwei komplexe Zahlen werden grafisch wie zwei Vektoren addiert. Das habe ich dir hier in dieser Grafik veranschaulicht. Die erste komplexe Zahl z1, 2 plus i und die zweite komplexe Zahl z2 minus 1 plus 2i dann entsteht im Grunde genommen die Addition dieser beiden komplexen Zahlen als Summe dieser beiden Vektoren des ersten Vektors, der zu z1 weist und der zweite Vektor, der zu z2 weist. Ich kann diesen zweiten Vektor von z2 parallel verschieben an z1 anhängen so wie ich zwei Vektoren addieren würde und erhalte dann als Endpunkt za und der Ergebnisvektor ist vom Beginn des ersten Vektors bis zum Ende des zweiten Vektors und das ist der Vektor za das ist die Vektor Addition und wenn wir das grafisch jetzt uns anschauen dann hat dieser Ergebnisvektor die Koordinaten 1, 3 beziehungsweise die komplexe Zahl za 1 plus 3i was auch algebraisch das Ergebnis ist. Zwei komplexe Zahlen werden daher als Vektoren aufgefasst diese beiden Vektoren werden addiert und das Ergebnis dieser Addition ist dann das Ergebnis der Addition von zwei komplexen Zahlen. Das heißt die Addition von zwei komplexen Zahlen ist eine Vektoraddition. Schauen wir uns das grafische Subtrahieren an. Wiederum haben wir zwei komplexe Zahlen gegeben z1 und z2 und jetzt wollen wir diese beiden komplexen Zahlen subtrahieren. Das heißt ich bekomme dann als Ergebnis a minus c plus b minus d mal i wiederum einen eigenen Realteil und einen eigenen Imaginärteil das heißt die Realteile werden subtrahiert voneinander wie auch die beiden Imaginärteile. Wenn wir uns das wieder anhand dieses Beispiels anschauen z1 gleich 2 plus i und z2 minus 1 plus 2i dann ist dieses grafische Subtrahieren beziehungsweise Subtrahieren von diesen beiden komplexen Zahlen wiederum nichts anderes als eine Vektor-Subtraktion. Ich kann diese beiden komplexen Zahlen wiederum als Vektoren auffassen z1, 2, 1 und z2 minus 1 und 2 wiederum sind die Realteile die x-Komponenten und die Imaginärteile die y-Komponenten. Und wenn ich das Ergebnis dieser Subtraktion ausführe subtrahiere ich eigentlich zwei Vektoren. Wenn zwei Vektoren subtrahiert werden dann ist das Ergebnis hier 3 minus 1 die x-Komponenten subtrahiert die y-Komponenten subtrahiert und ich erhalte dann als Ergebnis den Vektor 3 minus 1 der wiederum der komplexen Zahl 3 minus 1i entspricht. Es funktioniert gleich wie die Vektor-Addition nur dass hier eben jetzt nicht der Pfeil nicht in der gleichen Richtung angehängt wird sondern genau in der entgegengesetzten Richtung an den Endpunkt des ersten Vektors angehängt wird und damit entsteht dann wiederum die Vektor-Subtraktion. Die Vektor- also die Addition von zwei komplexen Zahlen und die Subtraktion von zwei komplexen Zahlen entspricht im Grunde genommen grafisch der Vektor-Addition und der Vektor-Subtraktion in der Ebene im R2 also in der gauschen Zahlenebene. Schauen wir uns gemeinsam das Multiplizieren grafisch an. Algebraisch schaut es jetzt nun wieder so aus dass wir zwei komplexe Zahlen gegeben hatten z1 und z2 und dann haben wir bereits eine Regel kennengelernt dass die Multiplikation zwei komplexer Zahlen das Ergebnis liefert ac minus bd als Realteil plus ad plus bc mal i wobei ad plus bc der Imaginärteil ist. Doch diese Regel ist natürlich nicht einfach zu merken man kann die Klammern ausmultiplizieren dann kann man die Real- und Imaginärteile zusammenfassen aber grafisch sagt es jetzt im Grunde genommen wenig bis gar nichts aus. Hierzu müssen wir von dieser kathesischen Koordinatensystemmöglichkeit also von der ersten Darstellungsmöglichkeit auf die zweite Darstellungsmöglichkeit wechseln auf die Polarform das heißt für das grafische Multiplizieren ist im Grunde genommen die Umwandlung der komplexen Zahlen in die Polarkoordinaten weitaus sinnvoller. Und wenn wir jetzt zwei komplexe Zahlen gegeben haben in der Polarform z1 r1 phi1 und z2 r2 phi2 dann werden beim Multiplizieren dieser beiden komplexen Zahlen einfach die beiden Beträge das heißt die beiden rs r1 mal r2 multipliziert und die beiden Argumente beziehungsweise die beiden Winkel phi1 und phi2 werden addiert. Das heißt das Ergebnis dieser Multiplikation ist eine komplexe Zahl deren Betrag deren Länge im Grunde genommen die Multiplikation der zwei Einzelbeträge ist und der Winkel eigentlich die Summe der beiden Einzelwinkel ist. Das heißt wir können das nochmal zusammenfassen die Beträge werden multipliziert die Winkel werden addiert bei der Multiplikation von zwei komplexen Zahlen. Mithilfe dieser Schreibweise ist es jetzt nun viel leichter das grafisch zu interpretieren. Denn wenn wir jetzt zwei komplexe Zahlen gegeben haben z1 gleich 2 plus i und z2 minus 1 plus 2 i dann können wir diese beiden komplexen Zahlen umwandeln in die Polarkoordinaten ich habe dir das bereits hier gemacht r1 der erste Radius der erste Betrag ist Wurzel 5 der zweite Radius zweiter Betrag ist auch Wurzel 5 und der Winkel phi1 ist 26,57 Grad der Winkel 2 ist 116,57 Grad weil eigentlich die zweite komplexe Zahl im zweiten Quadranten ist. Wenn wir uns jetzt gemeinsam dann die Multiplikation anschauen dann haben wir bereits gesehen dass die beiden Beträge miteinander multipliziert werden und die beiden Winkel addiert werden. Die beiden Beträge multipliziert ergeben Wurzel aus 5 mal Wurzel aus 5 ist das Ergebnis 5 und der Winkel ist die Addition der beiden Einzelwinkel und es ergibt ungefähr 143,13 Grad Das würde im Grunde genommen das algebraische sein das heißt das rechnerische Lösen dieser Multiplikation wenn wir uns jetzt das grafische lösen grafische interpretieren ansehen dann ist die Multiplikation z1 mal z2 entspricht dann dieser Zahl 5 und 143,13 Grad das würde wenn man es wieder umrechnet der komplexen Zahl minus 4 plus 3i entsprechen. Wie das jetzt grafisch ausschaut das sehen wir uns jetzt genauer an und zwar wenn wir jetzt die zwei komplexen Zahlen z1 und z2 gegeben haben unten in der Grafik blau dargestellt diese beiden komplexen Zahlen haben jeweils einen Radius einen Betrag und einen speziellen Winkel phi1 und phi2 dann ist das Ergebnis dieser Multiplikation zm das ist unten in der Grafik rot dargestellt die komplexe Zahl minus 4 plus 3i und zu dieser komplexen Zahl kommt man in dem der erste Winkel um den zweiten Winkel weitergedreht wird das heißt der erste Winkel plus den zweiten Winkel gerechnet wird und bei der Länge beim Betrag funktioniert es folgendermaßen dass der Betrag der ersten komplexen Zahl um den Betrag der zweiten komplexen Zahl gedehnt also gestreckt oder wenn es ein Betrag kleiner als 1 ist auch gestaucht wird in diesem Fall wird der Betrag der ersten komplexen Zahl um den Betrag der zweiten komplexen Zahl gedehnt beziehungsweise gestreckt insgesamt kann man dann zusammenfassen dass die grafische Interpretation der Multiplikation folgende ist dass der Betrag des Ergebnisses die Multiplikation der zwei Einzelbeträge ist und dass der Winkel der Multiplikation das Ergebnis dieser Multiplikation die Addition der beiden Einzelwinkel ist schauen wir uns gemeinsam das grafische Dividieren an wir gehen wiederum von Z1 und Z2 aus wir haben dann die Multiplikation bereits angeschrieben mit Z1 mal Z2 da haben wir eine eigene Formel gehabt aber bei der Division von diesen beiden komplexen Zahlen da gibt es im Grunde genommen jetzt keine Formel die man sich jetzt auswendig merken kann sondern besser es funktioniert mit den Polarkoordinaten wiederum wir müssen auf die Polarkoordinaten umwandeln und zwar es werden hierbei die Beträge dieser beiden komplexen Zahlen nicht multipliziert sondern dividiert sondern dividiert beim dividieren beim bei dem Winkel werden die beiden Winkel voneinander abgezogen phi1 minus phi2 das heißt im Grunde genommen ist das grafische dividieren nichts anderes als dass die beiden komplexen Zahlen wiederum umgewandelt werden in Polarform und dann die Beträge voneinander dividiert werden und die Winkel voneinander subtrahiert werden das ist noch mal kurz zusammengefasst was bei der Division passiert wenn wir uns das anhand wieder eines Beispiels anschauen das Beispiel z1 ist gleich 2 plus i und die zweite komplexe Zahl z2 ist minus 1 plus 2 i dann würden wir wiederum bekommen dass der Radius 1 Wurzel 5 ist und der Radius 2 Wurzel aus 5 ist und die beiden Winkel wiederum gegeben sind durch folgende Zahlen das ist dasselbe wie bei der Multiplikation und hierbei ergibt sich jetzt für den für den Betrag des Ergebnisses der Division ergeben sich Wurzel aus 5 durch Wurzel aus 5 das ist 1 und für den Winkel der Division da werden die beiden Winkel voneinander abgezogen 26,57 minus 116 17,57 das würde minus 90 Grad ergeben minus 90 Grad das heißt dass diese komplexe Zahl im Grunde genommen 270 Grad groß ist denn 360 Grad minus 90 Grad ergeben insgesamt 270 Grad das heißt diese komplexe Zahl Z1 durch Z2 kann geschrieben werden als der Betrag des Ergebnisses also 1 und als Winkel minus 90 Grad im Grunde genommen handelt es sich dabei um ein Zurückdrehen des ersten Winkels um den zweiten Winkel das heißt vom ersten Winkel wird der zweite Winkel abgezogen und beim Betrag ist es eben so dass es sich um ein Strecken Stauchen um den zweiten Betrag handelt gestreckt wird er nur dann wenn der zweite Betrag kleiner als 1 ist und gestaucht wird er dann der erste Betrag wenn der zweite Betrag größer als 1 ist denn wir dividieren hier wenn wir durch eine Zahl dividieren die größer als 1 ist wird die Zahl kleiner also gestaucht wenn wir durch eine Zahl dividieren zwischen 0 und 1 liegt dann wird die Zahl größer also wird dann der erste Betrag gedehnt beziehungsweise gestreckt genau das heißt die Multiplikation und die Division grafisch können am besten mit den Polarkoordinaten interpretiert werden indem wir die beiden Beträge gesondert behandeln bei der Multiplikation werden die multipliziert bei der Division werden sie dividiert und auch die Winkel gesondert betrachten bei der Multiplikation werden sie addiert bei der Division werden sie subtrahiert schauen wir uns das anhand eines Beispiels an du kannst dieses Beispiel berechnet z1 mal z2 und z1 durch z2 für zwei komplexe Zahlen z1 und z2 selbstständig jetzt nun machen dazu stoppe hier das Video schauen wir uns das gemeinsam an wenn wir die komplexe Zahl z1 10 und 320 grad gegeben haben und die zweite komplexe Zahl z2 mit 75 grad dann wissen wir was wir bei der Multiplikation bei der Division tun müssen bei z1 mal z2 müssen wir für den Betrag also für erstens r mal müssen wir die beiden Beträge miteinander multiplizieren das heißt 10 mal 5 das würde 50 ergeben und für den Winkel phi der Multiplikation hierbei werden die beiden Winkel zusammengezählt das heißt 320 plus 70 das würde sein 390 grad und das würde wiederum entsprechen wenn der Vollkreis 360 grad ist würde das einem Winkel von 30 grad entsprechen schauen wir uns die Multiplikation die Division an z1 dividiert durch z2 dann müssen wir hier für den Radius beziehungsweise den Betrag die beiden Einzelbeträge dividieren das heißt wir müssen 10 durch 5 rechnen und das würde 2 sein für die zweite Komplex ah für die zweite Wert für die Phi der Division müssen wir 320 minus 70 rechnen das heißt subtrahieren und das würde 250 grad sein also können wir anschreiben dass die die Multiplikation kann dargestellt werden durch 50 und 30 grad und die Division kann dargestellt werden durch 2 und 250 grad das heißt die beiden Beträge werden multipliziert oder dividiert und die beiden Winkel werden entweder addiert oder subtrahiert schau dir jetzt nun das zweite Beispiel B an berechnen das Ergebnis und übersetze die Rechnung in Komponentenform beziehungsweise in die kathesische Koordinatenform du kannst dieses Beispiel jetzt nun wieder selbstständig machen dazu kannst du hier wiederum das Video stoppen schauen wir uns gemeinsam dieses Beispiel an wir haben jetzt zwei komplexe Zahlen gegeben 1 90 grad und 1 90 grad die beiden werden miteinander multipliziert das heißt wenn wir die beiden Beträge multiplizieren das heißt erstens 1 mal 1 das ergibt 1 und das ist unsere r multiplikation und zweitens die beiden winkel werden addiert das heißt 90 plus 90 ergibt 180 grad und das ist mein phi der multiplikation und insgesamt ist dann das ergebnis 1 und 180 grad und wenn wir jetzt nun diese rechnung in die komponenten form das heißt in die kathesische form übersetzen dann müssen wir uns anschauen welche kathesischen koordinaten jetzt diese beiden komplexen zahlen das ergebnis dieser komplexen zahl ist wenn wir uns zunächst einmal 1 und 90 grad anschauen dann ist das unser r und das unser phi dann folgt daraus damit wir den real und den imaginär teil bekommen dass der real teil a das wissen wir r mal cosinus phi ist und das würde einmal cosinus von 90 sein und der cosinus von 90 ist 0 also ist der realteil hier 0 der imaginär teil wird berechnet mit r mal sin phi und das würde einmal sin 90 sein das sin von 90 wäre 1 also ist das hier 1 und insgesamt folgt daraus dass diese komplexe z gleich 0 plus 1 i ist insgesamt i das heißt wenn wir jetzt diese beiden komplexen zahlen miteinander multiplizieren dann folgt daraus dass wir 1 90 grad mal 1 90 grad anschreiben können das entspricht der multiplikation von i mal i und das würde i quadrat sein und das wäre minus 1 das heißt diese komplexe zahl wäre jetzt nun minus 1 und wenn wir jetzt nun unser ergebnis anschauen das was wir in polarform ausgerechnet haben 1 und 180 grad 1 und 180 grad dann erhält man wiederum wenn man a als r mal cosinus phi anschreibt 1 mal cosinus von 180 grad und das würde minus 1 sein denn cosinus von 180 grad ist minus 1 am einheitskreis und unser b wäre r mal sinus phi das würde einmal sinus 180 grad sein und das würde 0 sein denn der sinus von 180 grad ist am einheitskreis 0 ins gesamt bekommen wir dann die gleichung z ist gleich 1 plus 0 i entschuldigung minus 1 plus 0 i und das würde minus 1 sein und jetzt sehen wir dass das Ergebnis minus 1 und minus 1 hier übereinstimmt das heißt es kommt dasselbe ergebnis raus egal ob man diese beiden komplexen zahlen jetzt in der polar form oder in der kathesischen koordinaten form anschreibt es gibt hier zwei möglichkeiten entweder in polar vom ausrechnungsergebnis und dann umwandeln oder zunächst umwandeln in die komponenten form und dann in der komponenten form rechnen es kommt in beiden möglichkeiten dasselbe raus das war jetzt nun insgesamt so eine zusammenfassung beziehungsweise eine erarbeitung dieser grafischen darstellung der multiplikation und der division von komplexen zahlen beziehungsweise haben wir auch diese addition und die subtraktion auch grafisch durch die vektor addition veranschaulicht in unserem nächsten video schauen wir uns an was mit potenzen und wurzeln über c das heißt komplexe wurzeln und komplexe potenzen passiert und wie wir hier ergebnisse bekommen ich freue mich darauf haf